Herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video hier auf dem VW Wolfsburg Kanal in der Serie Become a Pro in FIFA. Heute befassen wir uns mit dem Abwehrverhalten und dem geregelten Spielaufbau nach dem Ballgewinn von euch. Es sind einige Szenen, die ich euch dann nochmal zusammengefasst habe, die ich euch jetzt auch nochmal kommentieren werde, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür bekommt, wie ihr in den verschiedenen Situationen am besten defensiv agiert. Es ist nämlich unausweichlich eine gute Defensivleistung zu haben, um wirklich gut zu sein im Endeffekt in FIFA. Also Freunde, viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ich kann euch die Tipps ein bisschen näher bringen und ihr werdet startklar danach sein, um dann endlich in Liga 1 zu kommen. Freunde, viel Spaß dabei. So, da haben wir jetzt auch schon die erste Szene, die brenzlig werden könnte. Renato Sanchez hat hier den Ball und ich habe den Innenverteidiger angewählt. Normalerweise würde jetzt die meisten Spieler von euch aktiv drauflaufen, um dir Renato Sanchez den Ball abzunehmen. Das Schlimme ist, wenn du in dieser Situation mit dem Innenverteidiger aktiv auf den Sechser bzw. auf den offensiven Zehner vom Gegner draufläufst, entsteht hier eine riesige Lücke. Im Prinzip ist der Spieler dann weg. Wenn dann ein Lewandowski da rein startet und ein Stallpass gespielt wird, ist er halt einfach weg und es passiert meistens ein Tor. Ihr solltet in so einer Situation einfach euren Innenverteidiger, Außenverteidiger anwählen, relativ kompakt nach hinten laufen und dann warten, bis eure Sechser, die normalerweise vom CPU so gesteuert werden, nach hinten laufen und diesem Spieler unter Druck setzen. Das habe ich nämlich jetzt auch hier in der Situation gemacht. Wir starten mal das Spiel, machen etwas langsamer. Ihr seht, ich habe jetzt den Außenverteidiger angewählt, um oben den Passweg zuzustellen. Jetzt kurz den Innenverteidiger und wieder den Außenverteidiger, dann habe ich den Ball und so erobert ihr den Ball. Und dann spielt ihr über Außen nach vorne zum Stürmer und könnt schnell wieder kontern. Eine weitere ganz bekannte Szene ist natürlich der Einwurf. Hier hat der stürmende Spieler gerade relativ wenig Anspielstationen. Es kommt aber jetzt ein Philipp Lahm und ein Renato Sanchez und ihr seht, ich habe momentan diesen Spieler angewählt, um den Raum hier abzudecken. Deswegen laufe ich mit diesem Mittelfeldspieler, das ist Gilevurgie, in diesen Raum, versuche nämlich hier den Raum eng zu machen und sobald ich diese Gefahrenzone beseitigt habe im Prinzip, also sobald ich diese Zone hier abgedeckt habe mit Gilevurgie, dann greife ich erst aktiv mit diesem Spieler hier davor und mit diesem Spieler hier davor die Passwege zu. Aber zuallererst ist es wichtig, Freunde, dass ihr hier gerade im Mittelfeld sehr, sehr kompakt seid. Dementsprechend solltet ihr auch gerade beim Einwurf nicht unbedingt aggressiv hier vorgehen, weil hätte ich jetzt diesen Spieler angewählt und wäre hier nach vorne gegangen, hätte der gegnerische Einwerfer, das ist glaube ich Robben, theoretisch den langen Ball hier in den Raum werfen können und dann wäre es hier wieder sehr gefährlich geworden. Also Freunde, immer erst den Raum zumachen und danach die beiden Stürmer bzw. die anderen Anspielstationen abdecken. Das seht ihr jetzt auch hier. Links wird automatisch abgedeckt, rechts habe ich wieder abgedeckt, bin jetzt davor. Der Raum ist offen, ich gehe wieder schnell nach links, um den Raum zuzumachen und so erobert ihr dann auch den Ball. Eine weitere Situation jetzt hier auf der Außenbahn. Ihr erkennt, dass Gilevurgie sehr gut im Raum steht und perfekt den Passweg im Prinzip zum Stürmer zudeckt. Also es werden auch nicht Flanken geschlagen. In dieser Situation könnt ihr schon erkennen, dass der Außen-Mittelfeldspieler wahrscheinlich abbremst und in den Rückraum passen könnte. Das heißt, ihr solltet als allererstes wissen, dass ihr die 1 gegen 1 Situation nicht verlieren dürft. Also ihr solltet nicht zu aggressiv drauf gehen, sondern lieber einen Schritt nach hinten gehen, um dann eventuell einen Trick abwehren zu können. Und jetzt seht ihr schon, habe ich hinten den Spieler angewählt, um den Passweg nach hinten abzudecken. Trotzdem kommt der Ball noch an. Das zweite Mal auch, aber der Raum ist so eng, dass ich dann im Endeffekt hier den Ball gewinnen kann. Ein, zwei Pässe schnell nach vorne, dann habt ihr hier nach vorne ganz, ganz viel Platz und könnt weiter spielen. Jetzt haben wir hier eine weitere Szene. In dieser Situation läuft Vidal wahrscheinlich in den Raum nach links rein. Ich als Abwehrspieler erkenne den Laufweg und versuche natürlich diesen Laufweg abzudecken. Das Problem ist dann, dass in der Mitte Müller und Lewandowski relativ frei sind, weil dieser Sechser eben gerade noch in der Vorwärtsbewegung war. Und es ist halt jetzt extrem schwierig, diesen Raum zuzumachen. Es ist aber gerade in FIFA ist dieser Raum zwischen den Viererketten, zwischen dieser Viererkette und zwischen dieser Viererkette extrem wichtig. Ihr solltet also immer probieren, irgendwie in diesen Raum zu kommen, in der Defensivhaltung. Ich habe das jetzt nicht geschafft und muss dann im Nachhinein erst die Situation bereinigen. Dieser Raum ist ganz offen. Das erkennt ihr. Er wird hier schön reingespielt. Ein weiterer Doppelpass und dann ein sehr schöner Stallpass. Im letzten Moment konnte ich jetzt den Innenverteidiger anwählen. Wir spüren noch mal ganz kurz zurück. Ein Moment hier. Konnte ich schnell den Innenverteidiger anwählen und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr gerade bei diesen Laufduellen mit dem Stürmer schnell und oft die Zweikampftaste drückt. Und dadurch, dass eure Innenverteidiger meistens physisch stärker und defensiv stärker und körperlich stärker sind als die offensiven Spieler, könnt ihr dann noch diese Bälle irgendwie abfangen. Und es ist halt äußerst wichtig, dass wenn ihr es vorher nicht hinbekommt, ihr schnell zu eurem Außenverteidiger bzw. Innenverteidiger rüber wechselt und dann diesen in den Zweikampf schickt und dann eventuell im Laufduell noch den Ball zu erobern. Kommen wir nun zu einer weiteren Situation. Hier wird sehr schön über die Flügel gespielt. Ein sehr schöner Stallpass. Und jetzt halte ich kurz die Situation an. Ich erkenne, dass David Alaba hier im Rückraum mitläuft. Dementsprechend wähle ich den Außen-Mittelfeld-Spieler an, um diesen Passweg zwischen Costa und Alaba irgendwie abfangen zu können. Jetzt lasse ich mal weiterspulen, aber ich mache es mal relativ langsam. Denn das Problem ist, ich ging jetzt davon aus, er passt. Ich muss noch kurz einen Schritt zurückgehen. Einen Moment. Hier wird der Pass nach außen gespielt. Sorry, da ist ein bisschen ruckelt. Das liegt daran, dass es langsam ist. Ich habe jetzt hinten den angewählt. Erst kurz den hier. Lass aber jetzt den Computer ihn steuern. Wähle hinten den an. Und jetzt wechsle ich wieder in dem Moment, als dieser Außen-Mittelfeld-Spieler ein perfektes L2-R2-Dribbling macht. Die Flanke kommt dann auch optimal, weil ich hier zu spät den Innenverteidiger anwählen kann. Und so entsteht dann ein Tor. Das war jetzt eine Verkettung von drei, vier Fehlern. Oder eins, zweimal auch einfach falsch spekuliert, wie die dann zu einem Tor führen können. Wir können es noch mal gucken. Hier wechsle ich jetzt im nächsten Moment zum Außenverteidiger, weil ich denke, ich habe den Passwerk hier perfekt zugestellt mit dem Außen-Mittelfeld-Spieler, mit Caligiuri. In dem Moment, als ich aber rüber wechsle, genau in dem Moment setzt Costa zum L2-R2-Dribbling an und geht in diesen Raum. Ich bin dann einen Schritt zu langsam mit Recht. Er läuft dann ins Leere. Kann dann so schnell auch nicht mehr Caligiuri anwählen und habe dann in der Innenverteidigung auch zu spät reagiert, um den Innenverteidiger anzuwählen, weil ich nicht davon ausgehe, dass eine Flanke von hier reinkommt, sondern dass dann der Pass hier in Richtung David Alaba kommen wird. Einen Moment. Hier gehe ich davon aus, dass jetzt der Pass zu David Alaba entweder in diesem Raum oder in diesem Raum gespielt wird. Deswegen wähle ich jetzt Caligiuri an. Und dann macht Lewandowski oben einen perfekten Laufweg, weil momentan sieht das eigentlich noch so aus, als ob hier die drei Verteidiger sehr gut den Raum abdecken. Der Innenverteidiger ist auch noch vor Lewandowski. Man erkennt schon, dass der Innenverteidiger in diesen Raum läuft und dass Lewandowski sich schon so ein bisschen nach da mit dem Körper orientiert. Und genau in dem Moment flankt jetzt auch der Stürmer rein. Der Innenverteidiger ein bisschen wahllos hin und her gelaufen. Er orientiert sich jetzt auch zu Lewandowski, aber der Stürmer ist einfach einen Schritt schneller hier nach vorne als der Innenverteidiger. Ich konnte nur noch schnell in der Panik, weil das ja innerhalb von einer Sekunde irgendwie passiert ist, den Mittelfeldspieler anwählen. Hätte jetzt aber hier den Innenverteidiger anwählen müssen, um das Tor noch zu entschärfen. Das habe ich nicht mehr hinbekommen. Und dann zack, geht der Ball auch rein. Um es nochmal zu sehen, wie es schnell abgelaufen ist, könnt ihr es nochmal gucken. Einen Moment. Hier war der Ball, der wurde jetzt nach unten gespielt. Direkt weiter nach unten. In den Raum. Schönes L2-R2-Dribbling. Jetzt dachte ich, da kommt der Pass, aber da kommt die Flanke und Tor. Also alles innerhalb von ein, zwei Sekunden und da müsst ihr euch einfach schnell entscheiden. Und gerade im Nachhinein, wenn ihr ein Gegentor kassiert, guckt euch nochmal eure Situation an, um zu erkennen, wo der Fehler wirklich lag, um ihn dann auch wirklich zu beheben. So, hier wieder eine Situation. Hier erkennt ihr Freunde, wenn ihr im Mittelfeld im Prinzip in der Abwehr kompakt und richtig perfekt steht. Das war jetzt im Prinzip direkt nach dem Anstoß. Die Viererkette hinten steht in einer Reihe, fast im Prinzip die Vierermittelfeldreihe hier auch. Ich habe den Zehner angewählt, um dann hier diese Passwege beziehungsweise auch aktiv auf den Stürmer drauf zu laufen. Jetzt könnte im Prinzip der Gegner den Ball hier auf Lewandowski spielen, aber es sind vier bis fünf Spieler um ihn herum. Es sollte also nichts passieren. Also wenn ihr kompakt so in dieser Ordnung steht, seid ihr eigentlich hinten sehr, sehr, sehr sicher und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr da irgendwie ein Gegentor kassieren könntet. Erneut seht ihr hier die kompakte Defensive. Alles relativ eng und im richtigen Moment Timing draufgehen. Ihr könnt dann ein, zwei Mal nach vorne spielen und habt dann wieder einen Platz nach vorne über die Außen und so weiter und so fort. Also wenn ihr hinten so gut kompakt steht, dann ist es extrem schwierig für den Gegner durchzukommen. Ihr könnt dann hier über Außen kombinieren, ein, zwei schöne Pässe und dann den Abschluss und fast so ein Kontertor erzielen. Nächste Situation. Ich war etwas aufgerückt. Man sieht, meine Abwehrreihe ist ungefähr an der Mittellinie. Ich erkenne, dass der Ball jetzt gleich von Thomas Müller in den Raum gespielt wird. Ich ging davon aus, dass ein Steilpass, ein flacher Steilpass hier am Lewandowski vorbei in diesen Raum gespielt wird. Thomas Müller hat dafür die Passwerte und auch die Klasse. Deswegen war ich in dieser Situation noch mit Gustavo unterwegs, weil ich erst aktiv Thomas Müller angreifen wollte. Erkenne aber genau in dieser Situation jetzt, dieser Weg ist zu weit. Ich muss meinen Innenverteidiger anwählen, um diesen Pass, der jetzt klar jeden Moment gespielt wird, vorbeugen zu können bzw. zu antizipieren und irgendwie abfangen zu können oder Lewandowski zu stören, dass er nicht richtig ins Laufen kommt. Dementsprechend wähle ich jetzt den Innenverteidiger an, antizipiere den Ball. Der Ball wird jetzt hoch gespielt und nicht flach. Flach wäre er wahrscheinlich effektiver gewesen, aber ich denke mal, dadurch, dass ich noch in dem richtigen Moment den Innenverteidiger angewählt habe, ist jetzt auch nichts weiteres mehr passiert und ich habe den Ball im Prinzip wieder erobert und in meinen eigenen Reihen. So, jetzt haben wir hier auch noch eine gute Szene. Man erkennt, dass mittlerweile drei, vier Spieler nach vorne laufen. Ich habe wieder den Innenverteidiger angewählt, weil ich den Sechser nicht angewählt bekommen habe in der Situation. Wenn ich aber jetzt zum Sechser wechseln würde, um mit Luis Gustavo oder Guilavogui nach hinten zu laufen, wäre es wahrscheinlich zu spät, weil wenn ich den Sechser jetzt anwähle, ist dem Thomas Müller schon nach vorne gelaufen, Lewandowski, Renato Sanchez bietet sich hier unten im Raum an. Deswegen behalte ich den Innenverteidiger und versuche, wie vorhin, diesen Passweg oder den hohen Ball in den freien Raum, entweder den hohen Ball hierhin oder den flachen Passweg hier rein, zuzustellen. Habe den Innenverteidiger, versuche jetzt hier ein bisschen den Raum eng zu machen. Als ich dann jetzt gleich sehe, einen Moment, ich erkenne jetzt gleich, dass der Ball zu Lewandowski nicht gespielt wird und wähle jetzt den anderen Innenverteidiger an, um aktiv drauf zu laufen und erober den Ball. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir spulen nochmal kurz zurück. Habe den Innenverteidiger angewählt, decke den Ball nach oben ab, jetzt den anderen Innenverteidiger und zack drauf, innerhalb von einer Sekunde. Wenn ihr erkennt, dass der Stürmer nah genug bei euch dran ist, dass ihr aktiv drauf gehen könnt, dann könnt ihr aktiv drauf gehen. Jetzt hier ein, zwei Doppelpässe nach außen, bin außen in einer guten Gelegenheit. Passt zurück in den Rückraum, nochmal rüber zu Gomez und fasst das 2 zu 1. So Freunde, das war jetzt das Abwehrtutorial. Ich hoffe, ich konnte euch das etwas näher bringen und ihr wendet die Trips einfach mal bei eurem Spiel an. Das sind oftmals echt nur Kleinigkeiten, wie ihr irgendwie eure Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler positioniert oder im richtigen Moment drauf geht, die aber im Endeffekt wirklich entscheidend sind. Man sagt nicht ohne Grund, dass man Turniere und Meisterschaften mit der Defensive gewinnt. Das ist nämlich die oberste Devise und ich wünsche euch einfach jetzt sehr, sehr viel Erfolg mit den Tricks, mit den Tipps. Wünsche euch, dass ihr in die Liga 1 kommt und dass ihr irgendwann selber mal Profis sein könnt. Es werden noch weitere Videos folgen, die ihr dann auch ein bisschen noch das Offensivspiel und auch noch Tricks und generell Freistöße und Standardsituationen behandeln. Aber das war es jetzt für heute von mir, Freunde. Viel Spaß mit dem, ja, mit dem weiteren Videos. Ich wünsche euch allen noch einen guten Tag. Das war es von mir, euer Salzuor. Ciao, 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 ciao.